Musik Hey, ich bin der Jakob und ich stehe hier in Innenhausen auf unserem Platz der Wilden Wiese, wo wir im Sommer alle gemeinsam uns zusammentreffen werden. Und ich wollte euch heute einfach mal den Platz zeigen. In meinem Rücken seht ihr den Schlaf- und Kochbereich. Und wenn ihr jetzt mal diese beiden Hütten seht, dort werden ganz viele verschiedene Kochinseln stehen, in denen ihr mit euren Gruppen verschiedene und leckere Rezepte kochen werdet. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal den Rest des Platzes. Kommt einfach mit, ich renne schon mal vor. Hier ist der Marktplatz. Dort werden ganz viele verschiedene Zelte stehen, in denen ihr euch informieren könnt. Ihr könnt euch Plug-and-Play-Angebote ausleihen. Ihr könnt euch eure Limonaden und Süßigkeiten kaufen. Hier wird ein riesiges Board stehen, wo verschiedene Angebote dran gepinnt sein werdet, zu denen ihr euch dann anmelden könnt oder wo ihr auch eigene Angebote anwerben könnt. Hier wird auch die Arztpraxis sein. Also das heißt, wenn ihr mal irgendwie gesundheitliche Unterstützung braucht, wird euch da auch auf jeden Fall ein bisschen geholfen zu verschiedenen Sprechzeiten. Und ansonsten seht ihr, dort ganz hinten ist eine Freifläche direkt vom Wald. Dort steht die Jurtenburg. Und dort können wir gerne mal gemeinsam irgendwie hingehen. Und ja, genau, kommt einfach mit. Hier im Hintergrund wird die Jurtenburg stehen. Ein großes Zelt mit Feuer im Herzen, wo gemeinsam gesungen wird, wo sich Geschichten vom Tag erzählt werden. Und ich bin sehr gespannt, was dort noch passieren wird. Denn auf der wilden Wiese passiert genau das, was ihr mitbringt. Und jede einzelne Person von euch ist mitgestaltend. Bringt eure Stärken mit ein, eure Ideen. Ihr könnt hier wirklich alles mitgestalten. Wir freuen uns schon sehr, euch alle am 27. Juli hier begrüßen zu dürfen. Meldet euch an, seid Teil des Ganzen und macht einfach mit. Bis dahin. Tschüss. Der Jakko verabschiedet sich jetzt. Bye, bye.